Hallo und willkommen auf meinem noch sehr leeren Kanal. Hier auf diesem Kanal wird euch in naher Zukunft jegliche Gaming-Videos für sehr viele verschiedene Spiele erwarten. Ich werde keine festen Projekte haben, aber natürlich werde ich dann versuchen mit jedem Projekt, was ich spiele, die Story großteilig abzudecken. Ich werde keine Neben-Stories oder Neben-Quests oder ähnliches machen, damit ihr auch noch was zum Erkunden der Spiele habt. Zusätzlich werden täglich halt zwei Videos kommen, die werden jeweils dann 15 Minuten lang sein. Ich bin grundsätzlich sehr faul, deswegen wird kein Intro kommen. Geschnitten wird auch nicht, ich will euch das Gameplay 100% und ungeschnitten zeigen, damit ihr auch wisst, was in dem Spiel auf euch erwartet, falls ihr es spielen wollt. Falls euch irgendwas qualitätstechnisch bei mir auffallen sollte, könnt ihr mir natürlich jeweils immer Kritik dalassen. Ich würde mich darüber sehr freuen und würde auch versuchen, alles zu ändern. An Legs oder zum Beispiel fixlichen Grafiken, da kann ich dann versuchen, was zu drehen. Aber zum Beispiel an meinem schweren Atmen, da passiert nicht viel, da das einfach an meinen Heuschnupfen liegt. Und da kann ich halt schlecht was dran ändern. Das ist dann im Winter dann wahrscheinlich besser, im Sommer ja schlechter. Aber das dürfte jetzt nicht so viele Leute stören, will ich doch einfach mal hoffen. Ja, seht dieses Video jetzt ganz einfach schlicht und ergreifend als meinen Kanal-Trailer, als ein Infovideo und mein Ein-Abonnenten-Special, weil ich das dann hochladen werde, sobald ich einen Abonnenten habe. Ich habe da schon mit jemandem gesprochen, das dürfte in nächster Zeit passieren. Die Let's Plays habe ich auch schon aufgenommen, die kommen dann direkt am selben Tag. Also, ihr dürft euch freuen. Vermutlich, wenn ihr mich findet, sind schon ein paar Sachen auf meinem Kanal, die ihr dann auch nachträglich noch schauen könnt. Tschüss und schönen Tag wünsche ich euch noch. Ich würde mich über einen Daumen hoch, ein Abo sehr freuen und lasst immer gute Kritik da. Ciao!